Wir müssen uns auf diverse Fragen vorbereiten. Was heisst Digitalisierung für das eigene Geschäftsumfeld? Ist es disruptiv oder muss ich mir neue Geschäftsmodelle überlegen? Was heisst es für mein eigenes Geschäft? Wo kann ich Chancen nutzen und wo muss ich andere Geschäftsmodelle finden, um am Überleben zu bleiben? Ich schau die Malen und die Schmerzen. die in der Schmerzen der Schmerzen können. Ich versuche den Schmerzen für die Vorstellung.